Ich bin 22 Jahre alt, spiele für den SC Sand in der ersten Allianz Frauen Bundesliga, habe die Jugendnationalmannschaft für Deutschland durchlaufen und habe mich dann letztes Jahr für die polnische A-Nationalmannschaft entschieden. Ich spiele im linken Mittelfeld oder auch als Stürmerin und den Edo habe ich damals kennengelernt, als ich noch beim ersten FFC Frankfurt gespielt habe und dort eine schwerwiegende Verletzung hatte, wo auch die Rede vom Karriereende war. Ich hatte einen Badscheibenvorfall und da hatte ich eben das große Glück auf den Edo zu treffen, der mich dann tagtäglich trainiert hat und sowohl im Fitnessstudio als auch auf dem Platz und mich so wieder topfit und schmerzfrei zurück zur Mannschaft gebracht hat. Damit die Karriere weiterhin so gut verläuft und ich verletzungsfrei bleibe, trainiere ich weiterhin mit dem Edo, arbeite an meinen Defiziten und viele dieser quälenden, aber auch erfolgreichen Übungen werdet ihr nächste Woche sehen. Bleibt dran!